Das zu veräußernde gut gepflegte Mehrfamilienhaus steht in Frankfurt am Main-Sossenheim. 1972 wurde dieses Gebäude erbaut und 2014 saniert. Beheizt wird es über eine Gaszentralheizung. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 431 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 266 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 440.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.